Je mehr wir über die Wechs erfahren, desto mehr wird mir klar, warum unsere Exo-Freundin ihretwegen so besorgt ist. Während des Untergangs haben die Wechs den Merkur innerhalb von Tagen in eine Maschine verwandelt. Wenn der Reisende sie nicht aufgehalten hätte, hätten sie wohl jeden Planeten übernommen. Wir müssen in den Schwarzen Garten. Wir brauchen einen Thor-Lord-Kopf. Okay, zuallererst muss ich in das Wechs-Netzwerk eindringen, um einen Thor-Lord hervorzulocken. Ich zeige dir den Weg. Folgendes wissen wir über die Thor-Lords. Drei Stockwerke hoch beschützen die Reiche, die die Wechs von der Zeit ausgeschlossen haben. Die Zeit, das kann nicht stimmen. Ich registriere einen starken Konflux in der Nähe. Ich kann damit in ihr Netzwerk gelangen. Ich schäge aus. Ich sch schätze die Zwei-Lords. Das kann nicht stimmen, wie sie das sehen. W частиice ist die Zwei-Lords mit einem Dämmen. Ich schätze mich, wenn er mit einem Dämmen öffnend geht. Ich schätze mich dann draußen. Auch wenn er jetzt bis zum Beispiel in der Nähe. Das ist ein Tlug. Ich schätze mich, wenn ihr das so gut ausgeschlagen. Ich schätze mich, wenn ihr mit ein Tlug in die Ehe. Das ist das so gut. Alles gut, dass ich mich für die Zwei-Lords ist mit. Und ich dachte, du machst Schwerstarbeit. Okay, wir müssen zu einem Ort namens Endlose Stufen. Dort finden wir den Torlord. Okay. 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 Vielen Dank. Was ist das? 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 Was ist das?